Seid gegrüßt. Ich habe hier so ein kleines Beispielprojekt und das möchte ich jetzt auf eine andere Möglichkeit auf die virtuelle Realität setzen. Da bin ich etwas unter Null oder gerade nicht im richtigen Geschoss. Mal schauen. Hier, Blender.org. Wenn ich das downloade, dann bekomme ich eben die Möglichkeit für Apple oder für Windows, wie in diesem Fall das down zu loaden. Das kann ich dann installieren. Wenn das passiert ist, habe ich die Möglichkeit Blender zu starten. Das ist dieses Programm hier und kann es mir hier herein holen. Ich nehme das wieder mal weg. Ich gehe mal da rein und speichere es als Co-Lader-Datei raus. Ich nehme jetzt mal Steuerung, dass ich alles mit habe. Muss ich wahrscheinlich gar nicht export sichern als und nenne das Durchbrüche testen als Co-Lader-Datei. Da gehen die Bitmaps mit speichern. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich in Blender. Blender ist sowas wie Reno 3D oder Maya und kann extrem viel. Ist ein ziemlich großer Batschenprogramm. Aber das ist jetzt unerheblich, weil wir wollen ja nur Files konvertieren. Ich gehe rein in File, Import, eine Co-Lader-Datei. Suche mir das. Import. Und habe jetzt hier dieses Teil einmal hier. Mit der 3D-Maus ist der Blender gar nicht so einfach. Man kann sich aber hinzoomen mit dem Mausrad oder mit dem Reindrücken des Mausrades kann man sich bewegen oder Panne mit. Genau umgekehrt zur Arrikad eigentlich. Und ich kann das hier heroben schon mal geschadet anzeigen lassen. Ich habe jetzt keine Lichtquellen drinnen, deshalb sieht man da nicht allzu viel. Hier, das war jetzt ohne Lichtquellen. So eine Art, wieder an der andere Ansicht in Render. Man könnte das übrigens auch, dieses Blender, durchaus als Alternative zu Twinmotion oder auch als Alternative zu Lumion verwenden, weil es einen integrierten Echtzeit-Renderer hat. Aber es ist relativ kompliziert zu bedienen. Also man muss sich da schon wirklich geschadet reinarbeiten. Jetzt einmal für uns egal. Ich speichere das jetzt als, gute Frage, Export, als GLB-Datei raus. Warum? Weil diese nächste Methode, das hochzuladen, um es als Artificial oder Augmented Reality darzustellen, mit GLB ganz gut funktioniert. Ich nehme GLB. Und, ja, den schon wieder. So, einmal raus, Schule, Lehrstoff, CAD, DATL und VR. Ja, da habe ich schon eine drinnen, die überschreibe ich jetzt einfach. So, ich suche mir jetzt einmal MyWiBa. MyWiBa AR Builder und kostenloses Konto erstellen. Dann nehme ich diese hier, die Passwort. Ingrid läuft mir auf dem Café einfach mal damit, kommen wir uns mal zu wissen. Ah, Passwort. So, jetzt habe ich das angemeldet. Ja, da speichere ich mal in meinem Browser und dann bekomme ich in so eine Art Editier-Funktion rein. Los geht's. Der erklärt mir jetzt alles Mögliche weiter, warum, was ich hier machen kann. Weiter, 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 weiter. Ich sage, ein neues Projekt. Ich kann eh nur ein AR in der realen Welt erstellen. Und jetzt habe ich hier so eine Art Modelloberfläche und ich kann jetzt mein Modell hochladen mit Plus. Ich sage hochladen und suche mir jetzt mein GLB-File, das ich zuerst gemacht habe. Also Topbox, Schule, das sollte ich vielleicht mal ordnen. So, GLB-Durchbruchstrist. 7,47, öffnen. So, das soll er ruhig optimieren. Dann geht es ein bisschen schneller am Handy. Es dauert schon ein bisschen, das runterzuladen, diese ganzen Sachen. So, dann erklärt er mir wieder alles Mögliche. Das Ding kann ich jetzt wieder Position und Maßstab vergrößern. Das ist jetzt relativ klein, die ganze Geschichte. Ich möchte dann doch etwas sehen. Ich nehme mal Skalieren groß genug. Ich kann mir dann so eine Art, das kann ich dann noch in die Mitte schieben. Man sollte auch das ARCHECUT LR Modell in ARCHECUT irgendwo den Nullpunkt im Modell haben. Also mittendrin. Dann passt es hier gleich. Der Maßstab ist immer so eine Sache. Wenn ich jetzt sage Vorschau, dann sehe ich sozusagen, was ich durchs Handy sehe und dann wird das Ding hinprojiziert. Und da kann ich mich dann am Handy herum bewegen oder am Tablett. Das ist nur so eine Vorschau. Und dann, wenn ich das habe, kann ich sagen, veröffentlichen. Und bekomme so einen QR-Code, den ich dann am Handy oder am Tablett mit dem Webbrowser sozusagen übernehmen kann. Und der führt mich dann auf eine Seite. Das geht am Handy, am Android zum Beispiel, am Google Chrome. Also man braucht keine App installieren. Sondern es öffnet sich in Google Chrome am Handy mit dieser QR-Code, den ich hier nur abscannen muss, sofort eine Seite und ich kann das Ding darstellen. Und am Google Chrome im Android kann ich hier, das ist jetzt zu blöd, kann ich hier mit Foto auf die Kamera zugreifen. Hier sehe ich jetzt praktisch das, was auf der Kamera ist. Da brauche ich dann nur mehr auf diesen Rebar-Faden. Der erkennt das sofort. Macht er mir brav auf. Er sagt jetzt, er braucht jetzt auch eine Oberfläche, wo er es hin projizieren kann. Ich tippe einfach mal drauf und schon habe ich auch auf meinem Handy diese AR-Darstellung, wo ich mich herumbewegen kann. Das heißt, es ist in dem Fall vollkommen egal, ob am Apple-Handy oder am Apple-Tablett oder Android-Handy oder Tablett, weil es über einen Web-Browser funktioniert. Oder Google Chrome in diesem Fall. Das wollte ich heute noch zeigen. Schöne Tage und schöne Grüße aus Salzburg. So, nun wollen wir schauen, wie es am Apple-Handy oder Tablett funktioniert. Ich habe mir auch ein QR-Code-Programm runtergeladen. Das rechte mit den schwarzen Feldern. Das hat die meisten Sternchen und dürfte am einfachsten funktionieren. Da starte ich mal. Dann scanne ich mit diesem App. Wird direkt auf diese Webseite umgeleitet, wo mein Modell liegt. So drücke ich auf Open. Dann brauche ich die Kamera, möchte ich auch verwenden, sage ich Allow. Also mach das. So, und dann startet diese Webseite im Browser. Und ich tippe auf irgendeine Oberfläche. Und schon habe ich auch hier mein Modell am iPhone oder am iPad und kann damit herumgehen. Es ist also komplett egal, ob am Android oder am Apple. Man kann das hinprojizieren. Und das ohne App direkt im Browser. Gut. Das war's. Schöne Tage. Okay. Okay는지 Peter Hansen